Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Prima Dina. Schön, dass du hergefunden hast. Ich freue mich. Ich habe dieses Mal drei Tage Ernährungstagebuch für euch und Sporttagebuch. Dieses Mal nur drei Tage. Ich mache ja öfters mal eine Woche Food Diary. Also das ist öfters mal, wenn ich sonst so mache. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, nur drei Tage, weil ich euch dann einfach jeweils die ganzen Rezepte einfach auch mitzeigen kann und so. Das ist einfach viel, viel interessanter für euch wahrscheinlich auch mit den Rezepten zum Nachmachen. Selbstverständlich auch mit den Nährwerten. Und ich zeige euch auch, was ich so Sport mache die drei Tage. Mein Frühstück habe ich auch schon vorbereitet. Und zwar habe ich hier, das sind 50 Gramm Schokoprotein-Pudding. Da unten sieht man, warte, warte, jetzt da unten sieht man, oh nein, nicht runterfallen. Da unten sieht man es noch. Das war noch so ein Restchen von so einem großen Becher. Dann habe ich 150 Gramm oder 120 Gramm oder sowas. Ich habe es vorhin gewogen. Ich blende es euch dann schon mal ein. Auf jeden Fall irgendwas ist schon 120, 150 Gramm Karamellprotein-Pudding und ein paar Heidelbeeren. Das war's. Ist nicht wirklich ein Rezept, Pudding in die Schüssel, Heidelbeeren drüber. Schmeckt saugeil einfach. Vor allem, ich persönlich empfehle immer die Heidelbeeren nach dem Kaufen sehr frisch zu essen. Also ich kaufe immer frische Heidelbeeren. Ich mag die Tiefkühlefohnen irgendwie nicht so. Und ja, weil dann ziehen die auch ein bisschen säuerlich aus. Und das schmeckt geil im Kontrast dann einfach. Ja, das ist mein Frühstück. Wertemäßig natürlich saugeil, ne? Mein Teil. Ich schneide gerade hier noch ein Video und habe mir jetzt erstmal einen Protein-Kaffee gemacht. Für den Kaffee benutze ich einfach Espresso-Pulver, Milch, Wasser und ein bisschen Haselnussirup. Ich habe hier die Nährwerte und die Zutaten, für die ist eine Glas hier jetzt eingeblendet. Einfach Wasser und Espresso-Pulver einfach mischen. Dann zusammen mit der Milch einfach am Ende mischen und Haselnussirup rein. Wenn ihr es warm haben wollt, dann einfach alles in die Mikrowelle und wenn nicht, dann halt nicht. Das war's. Super einfach, oder? Und so lecker. Ich liebe es einfach, ey. Wär schon Kaffee. So, Zeit für Sport. Okay, warte, ich krieg's einhändig, ich krieg das einhändig hin. Warte. Ne. Ha. Sehr cool. Zeit für Sport, Job. Aber erst der Helm wurde. Zeit für Sport. Wir fahren Kaffee trinken, also Zeit für Essen nachher auch. Aber Zeit für Sport. Warte, 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 warte. So, nochmal ein kurzes Päuschen mit Getränk. Wir sind vorher eingekehrt in unserem Lieblingscafé. Dann habe ich ein Frozen Coffee, Coffee Frappé, wie auch immer. Ein Coffee Frappé halt einfach getrunken. Der ist ohne Zucker. Die Nährwerte blende ich euch hier auch wieder ein. Und ja, kleines Päuschen mit Wasser. Erstmal nicht sterben, okay. Und ja, dann fahren wir wieder nach Hause, bis wir zu Hause sind. Weil das ist die Tour, unsere Standard-Tour halt einfach, ne. Sind's 30 Kilometer. Boah, Helm-Friese, das ist zum Thema. Wir sind wieder zu Hause. Und ich habe dermaßen Hunger, weil ich habe zwar heute Frühstück gegessen, habe ich es ja gesehen. Und der Kaffee, und der Kaffee ist ja nicht mal sündig gewesen. Weil ich habe quasi wirklich nur Milch, gefrorenes Wasser. Kaffee. Ich habe extra gesagt, ohne Zucker. Weil ich frage immer mit oder ohne gesüßt. Ich zeige immer ohne. Und ja, das heißt, der ist nicht mal sündig. Ja. Wir waren dafür aber kurz beim Feneberg. Weil der Feneberg hat beim Bäcker so Wraps. Und die sind richtig geil. So mit Hähnchenfleisch und so. Und Salat und Mais. Und die sind richtig, richtig lecker. Und die habe ich mir jetzt geholt. Die sind heute mein Mittagessen. Weil Domi macht Resteverwertung. Mit Maultaschen und so. Das haben wir gestern gegessen. Maultaschen mit Ei, Hüttenkäse, Gurke und Karotte. Das gab es gestern bei uns. Habe ich auch gegessen. War sehr lecker übrigens. Genau. Heute Abend gibt es ja Hauptessen. Gibt es Mantis, weil ich unbedingt Sachen dampfgaren muss, seit ich hier das Teil hier habe. Und ja, jetzt freue ich mich aber auf die Wraps, weil ich habe echt Hunger. Für den Teig für die Mantis habe ich einfach Wasser und Maisenmehl und ein bisschen Salz vermengt. Da haben Teig draus gemacht, ausgewählt und diese typischen Eckchen geschnitten, die ich dann gefüllt habe mit Erfüllung aus Hackfleisch. Da habe ich Rinderhackfleisch verwendet. Kleingeschnittene Paprika, kleingeschnittene Zwiebel, ein bisschen Salz, ein bisschen Koriander. Das habe ich dann einfach gefüllt und mit 700 Milliliter Wasser Dampf gegart. Dazu habe ich einen Creme Fraiche-Tipp gemacht, einen Creme Fraiche Light mit Kräuter und Gewürzen drin, Salz, Pfeffer, Paprika und was die Kräuter angeht, Thymian, Oregano, Basilikum und Petersilie. Und dazu gab es noch einen Salat mit der Essig-Abel-Salatsoße. Die sind echt lecker übrigens, wollte ich noch sagen. Und die sind toll, wenn ich den Dampf gegraut habe. Habe ich schon, wenn die Dampf gegraut sind? Ich blende euch hier übrigens die Nährwerte mal noch ein von den Dingern, beziehungsweise von meiner Portion, die ihr auf dem Teller gesehen habt. Die habe ich mühevoll in Kleinstaube ausgerechnet von ganzen Gesamtzutaten vorhin. Bezügliche Zubereitung habe ich euch ja vorhin ein bisschen erzählt, wie das so geht. Die ist ganz einfach und das ist übrigens die Gesamt-Tagessilanz. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, es ist der zweite Tag. Ich nehme euch auch heute wieder mit, was Sport und Essen angeht. Was auch irgendwie Sinn dieses Videos ist, aber trotzdem. Und ja, Frühstück-Rezept gibt es ehrlich gesagt nicht arg viel zu sagen. Protein-Pudding, der ist fertig. Aber ich habe hier eine Rezepte-Empfehlung für euch. Und zwar, was ich super gerne mache, ist, dass ich nur einen halben Protein-Pudding nehme, den in die Schüssel packe, dann die anderen 100 Gramm auffülle mit einem Magerquark, den am besten mit so ein bisschen Mineralwasser aufrühren. Dann wird er nicht so strohig und nicht so eklig und dann funktioniert das wunderbar. Und dann könnt ihr entweder ein paar so Dinkel-Puffis, die sind wie so Honigsmacks, nur aus Dinkel und ungezuckert. Die gibt es zum Beispiel beim DM. Und die könnt ihr reinschmeißen oder halt ein bisschen Obst. Und ja, gerade mit den Dinkel-Puffis schmeckt es dann quasi wie die klassische Kinder-Country-Bowl. Das als Empfehlung an dieser Stelle, weil ich hier kein richtiges Rezept zeigen kann. Sportmäßig schaue ich mal. Heute Abend habe ich auf jeden Fall Chaido, aber wir werden mal gucken, ob ich mittags noch irgendwas mache oder nicht. Ich bin heute ziemlich im Arsch, weil ich habe gesehen, gestern, was ich da an Sport gemacht habe. Und gestern war Tage 6 in Folge, an dem ich jeden Tag Sport gemacht habe. Vielleicht mache ich auch mal einen Pausetag. Also nicht einen ganzen Pausetag, weil Chaido ist ja auf jeden Fall, aber so zusätzlich quasi mittags oder so ein Pausetag. Wir werden sehen. Ich schaue mal, wie es mir geht. Aber ich gehe jetzt doch einfach ins Fitness. Mach halt einfach nicht so arg viel. Ein Handtuch, eine Sporthose, oh Gott ey, ein Sport-T-Shirt, ein Sport-BH und was zum Trinken. Ich mache jetzt ein kleines bisschen Fitness, zeige dir ein paar Eindrücke, soweit halt möglich. Und danach gibt es im Mittag jetzt nicht im Hunger. Am Anfang mache ich immer ein kleines bisschen Aufwärmtraining, weil das einfach sehr wichtig ist, wie ich finde. Dafür habe ich mich dieses Mal auf ein Cross-Training gestellt für ungefähr 10 Minuten. Was ich in jedes von meinen Trainings einbaue, sind ein, zwei Rückenübungen, weil ich einfach in der Arbeit und auch privat viel am PC sitze. Und weil mir das einfach sehr wichtig ist, dass ich einen gut bemuskelten Rücken habe, der einfach gut unterstützt und dann es entgegenwirkt. Die Übung ist wunderbar für die unteren Bauchmuskeln. Man kann sie entweder so machen wie ich mit angewinkelten Knien oder mit ausgestreckten Beinen, damit die Übung noch mal ein kleines Stückchen intensiver wird dann. Bei den Adduktoren, also quasi die Schenkelinnenseite, dafür verwende ich aktuell ein Gewicht von 82 Kilo, drei Sätze, A20 Wiederholungen. Die Adduktoren trainiere ich aktuell mit einem Zusatzgewicht von 75 Kilo, drei Sätze, A20 Wiederholungen. Adduktoren und Abduktoren habe ich eigentlich auch in quasi jedem Trainingsprogramm bei mir drin. So gut meine Beine trainiert sind, so schlecht sind meine Arme und meine Brüste- und Schultermuskeln. Das Gerät hier ist jetzt für die Brustmuskulatur. Ich habe hier echt ein ganz geringes Zusatzgewicht von gerade mal 25 Kilo, aber letztlich geht es halt auch nicht ums Gewicht, sondern einfach darum, dass die Ausführung korrekt ist. Übrigens drei Sätze, A20 Wiederholungen, wie immer. Auch wenn ich natürlich mit meinen sonstigen Sportarten, Radfahren, Karate, Wandern sehr viel für meine Beine mache, trainiere ich trotzdem meine Beine sehr, sehr stark auch im Fitness, einfach damit die die Leistung bringen können. Habe ich natürlich Beinbeuger, Beinstrecker gemacht. Ich habe jetzt den Beinbeuger gefilmt, den Beinstrecker habe ich nicht mehr gefilmt. Ich habe einige Geräte nicht mehr gefilmt. Für die Waden habe ich noch was gemacht, also Wadenheben mit Zusatzgewicht. Das habe ich jetzt auch nicht gefilmt, weil ich natürlich einfach nicht filmen kann, wenn andere Menschen im Bild sind. Und am allerletztesten habe ich dann natürlich noch mein absolutes Lieblingsgerät, die Beinpresse gemacht. Heute habe ich extra mich beherrscht. Normalerweise traine ich aktuell so mit 90 bis 100 Kilo Zusatzgewicht. Dieses Mal habe ich nur 80 Kilo draufgepackt, aber das ist auch in Ordnung. Also ja, ich habe mich beherrscht, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Auch ein ausführliches Kardiotraining, was ich öfters mal am Ende dann mache, habe ich heute verkniffen. Und habe mich dafür dann am Ende nur noch so knapp 15 Minuten für ein Intervaltraining aufs Haarad geschwommen. Ja, besser wie nichts, aber sollte ja auch nicht so überträgen sein heute. Und ganz am Ende musste ich noch eine Sache ausprobieren, Leute. Ich kann ja mit Hula-Hub nichts anfangen, wirklich gar nichts. Aber ich wollte mal ausprobieren, ob ich es halt hinbekomme. Und ich habe im Hinterzimmer bei den Fahrrädern so einen Reifen gefunden. Nun ja, ich habe es mal ausprobiert. So schlecht sah es ja schon mal gar nicht aus. Aber ich mag es leider trotzdem überhaupt nicht. Bin einfach in einer anderen sportlichen Ecke zu Hause. So. Zum Mittagessen gibt es eine Scheibe Brot mit Tomatenmark. Da mache ich echt viel drauf, weil ich das echt sehr, sehr gerne mag und kann wunderbar als Butterersatz dienen. Danach eine Scheibe Käse drauf, Essiggurken, ich liebe Essiggurken, ein bisschen Hirschsalami und noch mehr Essiggurken. Das ist so gut. Das Brot habe ich übrigens selber gebacken. Das ist ein Bio-Dingel-Vollkornbrot. Und das Rezept verrate ich dir natürlich. Für das Brot nimmst du einfach eine Kaschenform und fettest die gut mit Margarine ein, auch in den Ecken. Und kleidest die einfach mit Haferflocken dann schön aus, damit es nicht klebt, das Brot. Dann für den Teig 250 Gramm Wasser und einen Würfel Hefe. Schön vermischen einfach. Brauchst auch keine Maschine dafür. Kann man auch einfach so machen. Da kommen dann 500 Gramm Mehl rein. Ich habe jetzt Bio-Vollkornmehl genutzt. Dann einfach das, was ihr reinhaben wollt. Haferflocken, Nüsse, Sonnenblumenkerne habe ich noch reingetan. Und dann Sesam habe ich noch reingetan. Da könnt ihr euch aber einfach Kreativität freien Lauf lassen, was ihr halt Bock habt. Dann muss noch zwei Esslöffel Essig rein. Das wird komisch, schmeckt aber sehr gut da drin. Dann einfach kneten. Auch hier wieder geht auch ohne Maschine. Kein Problem, braucht ihr nicht. Den Teig einfach ab in die Form und oben drauf noch ein paar Körner drauf streuen. Sieht dann ganz hübsch aus. Braucht ihr nicht, aber es sieht halt einfach nicht aus. Ich habe es gemacht. Dann ab in den Ofen. Der muss nicht vorgeheizt sein. Und bei Ober- und Unterhitze für eine Stunde lang backen bei 200 Grad. Dann ist das Brot fertig. Auskühlen lassen, aus der Form holen und tadaa. Wundervoll. Mittagszeit ist Kaffeezeit. Und bevor ich nachher ins Training fahre, mache ich unbedingt noch einen Kaffee. Heute ist es richtig warm. Deswegen optimal für einen Eiskaffee. Für ein Glas von dem Kaffee schmeißt ihr 70 Gramm Eiswürfel, 20 Gramm Proteinpulver. Ich benutze gerade das da hier. Einen Löffel Kakao und 200 Milliliter Milch einfach in den Mixer. Und mixe es einfach für 20 Sekunden lang. Brot. Boah, das ist richtig geil. Der ist richtig, richtig lecker. Und das Kakao da drin, dieser Backkakao, gibt da noch so eine herbe Note. Das ist, oh, wir müssen unbedingt probieren. Richtig lecker. Das hier sind die Nährwerte für ein Glas von dem Kaffee jetzt. Beziehungsweise von dem Eiskaffee, Kaffeefrappé, wie auch immer. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich habe jetzt normale eine halbe Milch benutzt. Wenn ihr die Proteinmilch benutzt von mein Q oder gebt ihr verschiedene Hersteller, dann hat es natürlich noch mehr Protein. Ich habe jetzt wirklich stinknormale eine halbe Milch benutzt. So, einmal Taschenwechsel. Ich muss meine Fitnesssachen da immer raus tun, weil irgendwie habe ich halt nur eine Tasche. Wäre auch mal sinnvoll, eine... Ah, trinken kann ich drin lassen. Wäre auch mal sinnvoll, eine zweite Sporttasche vielleicht zu machen. Aber nun ja. Kommst du her? Eine Hose. Einmal Überzieht-T-Shirt, dass man da halt keine komischen Einblicke bekommt. Ja, einmal Kittel und Gürtel. Ahem! Ahem! Das war's. So, dann bin ich wieder da. Training war richtig cool wieder und wir haben es ja gesehen, wir studieren so ein bisschen am Last Samurai Szene ein gerade und es macht einfach total viel Spaß. Wir machen einfach immer wieder andere Sachen, es ist super abwechslungsreich und ja, der Trainer und natürlich auch die ganzen anderen Schüler sind einfach alles super, super nett. Ich verlenke euch unten auch mal das Dojo, das ist das Zanschen Allgäu Inkaufbäurem. Schaut gerne mal vorbei auf der Instaseite oder auf der Website von denen. Mega nett, ich fühle mich da super, super wohl und vielleicht ist ja auch was für euch. Es ist Zeit für die letzte Mahlzeit des Tages. Ich habe Spieße, Fleischspieße, die versuchen Fleisch zu sein, aber kein Fleisch sind. Wir haben natürlich noch mehr, wir haben einmal Rind und einmal Schwein. Für Domi, für mich und wir haben Maiskolben, selber marinierte Maiskolben, saugeil. Oh, ich bin voll gespannt, wie es wird. Das sieht so lecker aus. Ich habe Rindfleisch und kleine Fleisch und Fleisch und Maiskolben. Wir tun das wundervoll gegrillte Essen jetzt essen. Toll, gell? Hier sind die Nährwerte von meinem Tellerchen und die gesamten Nährwerte des Tages und dann erzählen wir uns morgen. Dritter Tag. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist der dritte Tag und ich werde euch auch heute, an diesem dritten monatischen Tag mitnehmen bezüglich Essen, Sport und Rezepten. Was heute ansteht, ist ein kleines Terminchen heute Mittag. Das heißt, ich werde auf jeden Fall vielleicht Mittagessen noch nicht, aber auf jeden Fall snacken oder so. Unterwegs. Ich schätze, das wird ein bisschen zündig. Aber wir werden sehen. Ich versuche, mich zu beherrschen. Und ansonsten schaue ich mal, was ich koche, weiß ich noch gar nicht, lasse ich mich noch inspirieren, weil ich ja im Fall noch einkaufen gehen kann für die Sachen einfach. Und sportmäßig habe ich zum einen ein bisschen Schwimmen geplant, wenn ich dann eh schon da bin, nach meinem Termin praktisch, weil da ein Hallenbad in der Nähe ist, mit Freibad kombiniert. Da schaue ich mal, ob eins von beiden hat immer offen, wenn beide offen haben, auch toll. Und das gehört so zusammen, wisst ihr. Und abends ist dann noch Karate. Genau. Ja, Frühstück habe ich gemacht. Heute gibt es Quark, 200 Gramm mit ein kleines bisschen Heidelbeeren und Mandeln. Eigentlich mag ich ja die gefrorenen Heidelbeeren nicht so arg, aber ich habe keine frischen mehr da. Und ja, ich könnte einkaufen, aber kein Bock vor dem Frühstück. Boah, eine Fries ist auch geil heute, ey. Aber ja, gut, okay. Ich bin ja auch frisch aufgestanden. Meistens trinke ich ja Wasser. Für heute habe ich mir aber hier knapp eineinhalb Liter Tee aufgesetzt. Das hier ist jetzt hier ein Johannesbierkirsch-Tee. Dreimal Johannesbierkirsch und einmal Orange. Genau. Das sind Tees übrigens, die ganz normal warme Teebeutel sind. Ich koche die aber trotzdem kalt bzw. lasse die kalt ziehen. Einfach ein paar Stunden in den Kühlschrank. Und da kommt dann noch ein bisschen Zitronensaft rein und ein bisschen 0% Sirup. Da gibt es keine Nährwerte, weil da ist halt alles auf 0. Also ja. Auf geht's zum Schwimmen. Aber wir müssen vorher noch Altpapier und gelbe Säcke wegbringen. Die stehen da jetzt sogar schon an. Wollen wir mal überlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die anstehen, bis sie reinkommen oder nur an der Kasse. Weil 100 Leute dürfen rein. Und da steht extra dran, dass man nichts vorrestaurieren muss. Schätzi, was machen wir? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wollen wir spontan den Plan umwerfen? Ja. Ach man. Doch kein Schwimmen. Ich muss ehrlich sagen, das ärgert mich jetzt schon. Wisst ihr, ich wäre super gerne da mega spontan. Und egal, macht mir nichts. Völlig wurscht. Aber das wäre gelogen. Weil ich bin einfach so ein Planungsmensch. Und wenn ich mir auch... Ich bin auch so ein Mensch, wenn die das dann anbieten, dass man es vorreserviert und sich einträgt, dann tue ich das auch. Und bin halt wirklich auch zwei Minuten vor Termin oder fünf Minuten vor Termin, je nachdem, wie ich es wünsche. Halt auch da. Perfekt pünktlich. Ja. Und ich plane einfach meinen Tag. Und wenn dann irgendwas zwischenkommt, dann versuche ich natürlich das Beste draus zu machen. Aber es ärgert mich innerlich natürlich schon. Seid ihr auch so Planungsmenschen? Oder nehmt ihr das einfach voller Freude und Liebe und macht dann irgendwas anderes draus? Ich versuche es, wenn was klappt. Und dann ist es so arg. Na ja. Wir sind jetzt erst mal kurz in den Laden gefahren, weil wir noch überlegen müssen, dass wir heute Abend kochen. Und falls wir noch was brauchen, dann kaufen wir das noch ein. Und jo. Das ist der Ersatz aktuell. Wenigstens habe ich heute Abend auf jeden Fall Training. Und da kommt definitiv nichts dazwischen. Das heißt, wenigstens sind ich gar kein Sport, falls wir dann nichts Sportliches als Alternative machen sollten. Ich würde sagen, es ist erst mal Zeit für einen Kaffee. Und guck mal, was ich neu entdeckt habe. Lustiger Emi Zero Kaffee. Ohne Zucker und ohne Süßstoff. Weil meistens ist zwar ohne Zucker, aber ohne Süßstoff findet man selten. Wir haben 3,9 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und 68 Kalorien. Es ist Zeit fürs Training. Ich freue mich, weil der Sport heute Mittag hat ja nicht mehr geklappt. Wir waren dafür einkaufen, aber jetzt soll ich mich aufs Bewege gehen. Ich freue mich, weil ich mich aufs Bewege gehen kann. Ich freue mich, weil ich mich aufs Bewege gehen kann. Ich freue mich, weil ich mich aufs Bewege gehen kann. Ich freue mich, dass ich mich aufs Bewege gehen kann. Ich freue mich, dass ich mich aufs Bewege gehen kann. Ich freue mich, dass ich mich aufs Bewege gehen kann. Es ist Zeit für Abendessen. Und ich wurde heute erkocht. Wundervoll. Und es sieht richtig geil aus. Das sind Pilze, Schampignons gefüllt mit Hackfleisch, mit Käse überbacken, Kartoffeln und irgendeine Soße, wo so Creme Fraiche und Tomatenmark und sowas drin ist. Das sieht richtig geil aus. Ich blende euch hier die Nährwerte ein. Und das Rezept packe ich euch in die Infobox unten rein. Und ja, ich bin gespannt. Schmeckt bestimmt voll toll. Dankeschön an den Meisterkoch hier. Und Besteck. Gibt es noch dazu? Ja, Besteck wäre nice. Dankeschön. Ah, Besteck ist toll. Essen war ultra, ultra, ultra lecker. Oh mein Gott. Schatzi. Überraschend gut, gell? Hast du voll gut gemacht. Danke fürs Kochen. Danke fürs Helfen. Ja, voll gerne. So, hier ist die Tagesbilanz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt definitiv mal ins Bett, weil es ist nämlich echt spät. Wow, ja. Und wie. Mega. Wie gesagt, die Rezepte habe ich euch entweder unten in die Infobox gepackt oder ich habe es euch im Video erzählt und gezeigt. Je nachdem. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Da ist noch ein komisches anderes Video und da noch eins. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Damit tragen wir jetzt Alexa. Gute Nacht. Oh, sie hat süßes Räume gesagt. Immerhin. Okay. Tschüss. Ciao.